Okay, Mood. Ah! Leute, Leute. Oh, sie lag, sie lag bei den Stairs? Ne, hä? Ja. Oh, toll. Guck mal. Ja! Kling einfach alle. Was? Sie bessert mich. What the fuck? Oh, 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 oh! No way, die sind alle down. Alle. Ja, das war nice. Boah, oh mein Gott. Alter, Marvin, das war bisher das sickeste. Carvera is live, Alter. Das war das sickeste Thing. Alter. Das war geil. Einer ist unten gewesen. Jäger ist unten gewesen. Ja, ja. Nimm mal einen. Ja, dann himm doch einfach die Geisel und rennt weg. Ja, ja. Er ist schon da, sieh mal, er ist schon. Geisel übernommen, vorwärts. Da ist er. Lauf! Nur noch einer vom eigenen Truppen. Lauf! Das ist zu! Voll runter! Lauf, lauf, lauf! Boah, warum ist hier zu? Versteck dich, versteck dich! Laser, bleib da! Laserpunter! Laserpunter! Er sieht ein Laserpunter! Oh Gott, der ist skippt! Cool! Geisel sichern. Eigener Trupp neutralisiert. Warum war überall zu, Alter? Schade. Ja, das weiß ich. Deswegen hörst du dich auch anders an. Ganz unten. Ganz unten. Ja, oh mein Gott! Nein! Nein! Killed ihn! Nicht schon wieder! Jo, ich hab dich auf dem Video gesehen, Alter. Mami, du hast einfach einen gekillt. Fuchs, ich bin hier nicht. Bitch! Kiblai, komm zu mir! Oder Joss! Und wo wusst du denn gekillt? Spritz ihn ab! Spritz mir! Spritz mich einfach! Sch-schnell, Baby! Komm! Ich lade nach! Was? Ich hab's gesehen. Ich hab dich doch geheilt! Warum bist du gestorben? Warum machst du das? Ich hab dich doch nicht getötet! Nein, natürlich nicht. Ich hab dich doch geheilt! Ein Gegner verbleibt! Ich war's, Alter! Ich hab... Oh mein Gott! Ich hab drei Gegner weggemacht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, da sind sie! Ah, super! 2v5? Alles klar! Was, der ist einfach reingegangen? Alter, der war schon tot! Blöde Kacke! Fucking die! Blöde Kacke! Au! Der war gut! Mamen! Lacka! Jetzt klatschen sie alle! Mission gefährdet! Oh shit! Wer ist drin? That's what she said! Leiche! Was? Weiß ich kann verhören! Mach, mach, mach einfach! Mach, mach, mach! Blöde Kacke! Blöde Kacke! Blöde Kacke! Blöde Kacke! Wo ist der Blöde Kacke? Anderes... Anderes Dach! Irgendwo! Entschärfer lokalisiert! Entschärfer lokalisiert! Entschärfer deaktivierung! Egal! Blöde Kacke! Blöde Kacke! Links von mir ist offen unten! Lass ich mal ins Subjective! Die Banner hat Löcher gemacht! Alex, das war nicht gut! Giblet, geh zurück! Komm! Giblet, geh einfach ins... Seid mal leise! Seid mal leise! Marvin, der war geradeaus und dann rechts! Da war der! In dem Raum! Ja, kommt da! Der sieht aber dein... Dein Laser! Wer, wer, wer da! Oh! Junge, diese Waffe, Alter! What the fuck! Das ist nicht die Waffe, das sind meine Skills! Ja! Selbst meine Oma hätte den mit der Waffe gekriegt! Die Blöde Kacke! Ein Gegner verleibt! Ripperinos! Ripperinos! Er hat noch geschossen, Alter! Ja, Klaas ist tot! Jo! Oh, bei mir ist halt auf! Nein, ich killte einer! Ich bin in der Drohne! Ach! Scheiße, Ash war schon vor unserem... Dings! Kann jemand sie markieren? Kann sie feiern! Ah! Da! Ich kann noch einen feiern! Ja, mach, mach, mach! Ich hab ein AP! Ja, der war doch weit genug weg! Nein, ist ja übrig! Den packe ich mir aber jetzt noch! Ein AP! Er ist unten! Oh, das ist Mist! Der hat mich fast selbst gekillt! Ein AP! Du willst mich selber killen? Ich hab ein AP! Dann mach was draus! Hey! Das ist Twitch, ne? Nicht Montagne! Die ist bei mir! Türbarrikade angebracht! Aber nice try! Ich geh direkt nach links! Lass mich rein! Ja, da war jemand! Da war jemand! Bei einer Tür war jemand! Da, da, Bandit, Bandit! Ich plante, ich plante, ich plante! Hä?! What the fuck, man?! Junge! Bandit ist down! Scheiße, Bandit! Er ist down, er ist down! Er ist down! Nice! Gott! Oh mein Gott! Junge, was war das, Alter? Du hast auf den geballert! Ja, der hält immer ein bisschen mehr aus! Junge, Mann! Warte, Dennis, nicht! Ich hab hier was grad am Laufen! Dennis, Dennis, verbiss dich! Dennis, verbiss dich! Ich weiß nicht wohin, ich bin blind! Oh, nice! Drohnen hinter euch! Zwei Drohnen hinter euch! Zwei Drohnen hinter euch! Hey, hey, hey! Ist der drin! What the fucking... Einer ist links! Der andere ist rechts! What the fuck! Er hat sich einfach hingelegt! Nur noch ein Gegner übrig! Dennis, Mann! Was habt ihr gesehen, habe ich gesehen, habe ich gesehen? Ist an you left, ist an you left Pablo! Ist an you left Pablo! Hä? Ich war doch übels auf meinem Kopf oder nein? Oh Pablo! Oh mein Gott! Boah, das ist eigentlich alle Gegner eliminiert Warum bin ich jetzt letzter? Weil du schlecht bist Das hab ich doch gesagt Oh man, du Wichser Oh, sie hat meine Cam instant gerackt Wenn du reingehst, direkt rechts Soll ich rein füßen? Schießt, schießt die Waffen Schießen Siehst du, sie sind im anderen Dach Er jumped raus, er jumped raus, Junge bei mir Wo sind sie? Boah, danke man, das C4 flog mir Mitten ins Gesicht Digga, hab ich dich gesaved oder Du hast mal live selbst gesaved Der drin ist Hier scheint Klin zu sein, da Ja, genau da Oh, überall Da oben bist du genau in den Moment eingegangen Was? Was? Wollt ihr jetzt schon mal rein? Oh, get the fuck away from me Er bleibt einfach stehen Fahre aus und bleibt da stehen No Er hat aber C4 Warum funktioniert das? Das ist draußen Hä? Was? Was? Hast du ehrlich geslapht? Was? Ich so dim 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 Holy shit Das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft Ohne Scheiß Ja gut, aber der war auch beschäftigt mit der Wand da Hä? Die Flashbang ist gerade nach hinten rausgejammt Da wird man einfach rausgejammt So verdient Marvin Der ist glaube ich durch die Schränke LOL Marvin Das war nicht mehr Das war nicht an, er hat getroffen Du fixst ihn einfach Wo ist denn der? Alter Ey Marvin Arvin Glaubst du, dass wir einmal in der Rainbow Karriere diamant werden? Nein Wir sind zu Wie soll ich das sagen Wir haben keine Taktik Wir sind einfach nur Wir rennen einfach nur rein Ja unsere Taktik ist, dass wir Einfach improvisieren Ungefähr so Das gesehen, unser Kollege ist schon tot Ich gleich auch Die Drohnen die hier drin Habt ihr den Spot schon mal gesehen? Guck mal Ihr könnt hier da rausgucken Aber ihr könnt von draußen nicht da Hier reingucken Das ist für die zu Myra Fenster Jaja das kenn ich Aber du kannst nicht durchschießen Klar Klar kann man da durchschießen Oh Mann Dennis mach hier Dennis mach hier Alle rennen in die Karpkannen Was ist denn los? Die Tauswaffe ist doch Wow hier ist ja Echo drin Wo? Im Wald Soll ich mitkommen Dennis? Bombe wurde lokalisiert Entschärfung einleiten Dennis Plänte Ich hab den Plänte Doch du hast den, du hast den Ich bin tot gegen dir Plänte Ich bin hier drin Ich hätte schon längst blenden können Ja ich hab ihn nicht Holst du den? Versuch's Das schaffe ich nicht Dennis Wir sind zu viele bei mir Einer ist am Bad Einer kommt zu dir Einer kommt zu dir Ich bin aber von Tachanka tot Wo steht ein Tachanka? Da Genau wo du ihn zielst Er rennt zu A Er rennt zu A Von außen Von außen Das schaffst du noch Ist ja zu Dann von oben Das war der letzte Gegner eliminiert Einer kommt er ausreich Oh Wir holen wieder Schaden die ganze Zeit Wir holen